Ja, ist ja in dem Sinne eine Positionierungs- und Markenbekanntheitsfrage oder Wiedererkennungswertfrage insofern. Wofür erkennen dich Menschen wieder? Weshalb kommen sie zu dir? Meistens kommen sie zu dir wegen einem Thema. Vielleicht noch wegen einem zweiten, maximal noch wegen einem dritten. Aber im Regelfall wegen einem Hauptthema kommen sie zu dir. Heißt nicht, dass du nur dieses eine Thema kannst oder können musst, sondern es geht darum, dass du erfolgreicher wirst, wenn du es schaffst, ein Thema, eine Lösung, einen spezifischen Weg, ein spezifisches Merkmal über dich in die Köpfe der Menschen zu kriegen. Deshalb Markenwiedererkennung in dem Sinne. Denn es gibt einen Positionierungsgrundsatz, den kannst du dir so bildlich vorstellen. Jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt einfach ein großes, ja einen großen Holzstamm hier. Ja, der steht jetzt hier rum im Holzstamm und wir würden jetzt eine Scheibe nehmen, eine Glasscheibe. Und wir würden die jetzt fallen lassen. Wir würden die im Regelfall an diesem Stamm zerbrechen. Also der Stamm ist in dem Sinne der Markt. Also das heißt, all die Menschen, die da draußen Geld haben und deren Geld du möchtest, ja, deren Probleme du lösen willst, denen du Produkte verkaufen willst. Und deine Lösung ist diese Glasscheibe. Die zerbricht am Markt in dem Sinne. Wenn du jetzt aber diesen Holzstamm hast und du nimmst jetzt einen Nagel und einen Hammer und haust den dann rein, dann geht er rein, logischerweise. Weil der Nagel ist relativ dünn, mit dem Hammer kannst du schön konzentriert draufhauen, Holz optimal, es geht durch. Das heißt, dein Angebot, dein Produkt durchdringt den Markt. Es kommt in den Markt rein. Und bildlich gesprochen ist ja die Glasscheibe groß und fragil in dem Sinne, also groß und breit, automatisch fragil, zerbrechlich. Und der Nagel ist ja relativ klein, aber der ist ja nachher aus Metall in dem Sinne, beziehungsweise verschiedenen Zusammenstellungen und super spitz und dann geht er rein. So, das heißt also, es geht darum, sich spitz zu positionieren, es hinzubekommen, eben wegen einem Merkmal, wegen einer Dienstleistung, wegen einer Lösung eine gewisse Bekanntheit aufzubauen. Und in den Kopf der Leute zu kommen, damit die denken, deshalb möchte ich zu dir. Hinten raus aber, wenn die wegen diesem Thema A zu dir gekommen sind, werden die Menschen ja im Regelfall innerhalb von Thema A auch ein Problem B haben. Und innerhalb von Problem B zu dem Thema auch ein Problem C haben, wofür du alles Lösungen anbieten kannst. So, jetzt kannst du ja zum Beispiel für das Thema Videografie bekannt sein. Und wenn du jetzt fürs Thema Videografie bekannt bist, mega so cool, Max ist Videograf, geil. Jetzt kannst du ja im nächsten Kontext ja bekannt sein als Videograf für Musikvideos. So, jetzt kannst du aber auch bekannt sein als Videograf für Musikvideos für Rapper. Jetzt kannst du aber auch bekannt sein als Videograf für Musikvideos für Afro-Trap-Rapper. Weißt du, also du kannst ja immer tiefer reingehen und jemand, der diese bestimmte Zielgruppe dann in dem Sinn oder die Leute in diesem Markt, in dem Sinn, die werden sich im Regelfall immer an den, an den spezialisiertesten Spezialisten richten und sagen, hey, ich möchte, dass du mein Thema für mich löst. Können die anderen auch alle ein Video machen für, für, für den? Ja, auf jeden Fall. Aber es geht ja rein nur um die Kommunikation und dann nachher auch um den speziellen Skill da drinne. Und dieser Videograf hinten raus, der kommt jetzt wegen der Videografie rein. Aber was jetzt noch passieren kann, ist ja, dass er sagt, hey, weißt du was, ich kümmere mich noch um die Locations. Ich organisiere noch irgendwie Autos. Ich organisiere noch Schauspieler. Ich organisiere noch heiße Models und verdiene nochmal an den ganzen Sachen mit. Aber der ist ja eigentlich nur wegen der Videografie erst mal gekommen. Im Umkehrschluss geht er dann hin und sagt, schau mal, ich kann noch Influencer organisieren, die das Ganze nachher pushen. Ich kann auch Facebook-Ads noch schalten dafür nachher. Ich kann auch noch Insta-Ads hinten raus schalten. Ich kann auch noch die YouTube-Ads machen. Aber er ist ja nur mit Videografie eingestiegen. Das heißt, er muss mit diesen ganzen anderen Sachen hinten raus gar nicht, gar nicht damit rausgehen und prallen und sagen, das kann ich auch noch, das kann ich auch noch, das kann ich auch noch. Sondern kann ja ein Thema lösen, relativ spitz, dass man dann zu ihm kommt und kann dann ja hinten raus breiter werden. Das heißt, er geht spitz rein, aber wird hinten raus breiter, so wie du es hier siehst. Oder im Prinzip wie die Pyramide dann nachher, was das angeht. Und kann dann da seine ganzen Leistungen und Lösungen verkaufen. Und das Geniale ist zum Beispiel jetzt, dass Bodo Schäfer jetzt in Deutschland ist ja bekannt als Europas Money Coach Nummer 1. Und Jürgen Höller ist ja Europas Motivations Coach Nummer 1. Und die haben diese Positionierung ja ganz bewusst gewählt, weil das ja sehr breite Themen sind. Das heißt, Motivation spricht jeden an, Money spricht jeden an. Das heißt, grundsätzlich sind die nicht wirklich spitz positioniert, weil das ist ja nicht Motivations Coach für Leistungssportler im Schwimmen, sondern halt Motivations Coach. Aber das ist okay, weil die sind mittlerweile ja an einer Stufe, wo die so viele Leute kennen, dass es ja darum geht, noch mehr Menschen zu erreichen. Aber trotzdem, relativ spitz, halt okay, Money, Motivation. Was du aber hinten raus mitbekommst eigentlich, wenn du anfängst, mal deren Seminare zu buchen und zu besuchen, so wie ich das auch gemacht habe und ich habe da noch ein paar offen von, dann merkst du, dass die beiden eigentlich, also nicht Motivationstrainer und auch nicht Money Coach sind, sondern einfach nur geniale Marketer und Verkäufer. Also Bodo Schäfer und Jürgen Höller sind tatsächlich im Kern grenzgeniale Marketer und Verkäufer. Also, und die haben teilweise auch mehr Seminare zum Thema Marketing und Verkauf und halt Unternehmensaufbau als jetzt zum Thema Motivation und Lebensveränderung. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber nur um das mal in so eine Perspektive einfach zu schaffen. Aber das weißt du ja nicht. Du startest ja erstmal mit einem Power Day bei Jürgen Höller, wo es um Motivation geht und dein Leben zu verändern. So, und dann kommst du mal aufs Lifing, das Standardseminar dann bei ihm. Dann gibt es Lifing 2, Lifing 3. Dann gibt es aber auch, wie gesagt, Durchbruch zum finanziellen Erfolg. Hinten raus entsteht dann auf einmal Positionierungs- und Sogmarketing-Seminar. Und hinten raus entsteht dann auf einmal, hey, wir haben noch Sales Bootcamp 1 bis 3. Dann haben wir noch irgendwie digital online, digital durchstarten und wachsen. Und dann merkst du so, oh, warte mal, irgendwie gibt es da viel mehr, was ich buchen kann, wo es um was ganz anderes geht. Und ich hoffe, ich konnte die Frage somit ganz gut beantworten. Hast du eine Zwischenfrage dazu? Du brauchst im Endeffekt nachher halt immer Menschen dafür. Menschen, die die Aufgaben abnehmen. Also Menschen einstellen oder halt mit Freiberuflern arbeiten oder starken Partnern in dem Sinne, weißt du. Und darum geht es da halt einfach Systematiken und so zu schaffen, hinten raus, die das dann halt nachher machen. Also dass du bist nachher eigentlich nur noch der Leuchtturm und auch gleichzeitig die Litfaßsäule. Insofern, dass du halt nachher rausgehst und dann die Aufträge und alles halt wegen dir reinkommen und du gegebenenfalls auch noch vielleicht drehst zum Beispiel jetzt in dem Sinne oder Ads schaltest oder verkaufst oder was auch immer. Aber hinten raus, sobald die Anfrage reinkommt, wird die halt gleich schon von deinem Team abgewickelt. Also hast du dann jemanden, der sich dann halt um alles kümmert, wie ein Projektmanager und der dann sagt, okay, du kümmerst dich jetzt darum, du darum, du darum, du darum, du darum. Und fertig. Und so kannst du das ja immer machen. Das heißt, du kannst ja immer Kalkulationen auch aufstellen, wo du sagst, gut, jeder Mitarbeiter, den ich einstelle, muss mir mindestens das Dreifache einsparen oder das Dreifache einbringen von dem, was ich ihm als Gehalt zahle. Im besten Fall sogar mehr. Und dann lohnt sich der Spaß ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lässt du es halt. Bis zum nächsten Mal.